So, Ziel festlegen. Ähm, hatten wir nicht noch einen Strike of the Venus? Ja, den zum Beispiel. Und den, wir haben noch zwei. Das gehört zum DLC. Der Raid gehört auch noch dazu. Die gläserne Kammer. Grüß dich Katze, na? Gut. Dann beginnen wir jetzt mit Wintersturm. Dem Level 14 Strike. Der Robe ist gerade noch dabei. Das fände ich schön. Aber du weißt ja, wie es ist. Und, äh, nach Möglichkeit nicht unbedingt gleich zum Boss vorpreschen, sondern... ...den Strike ein bisschen genießen, ein bisschen angucken. Hat sich der Stream denn jetzt eigentlich wieder beruhigt? Denn ich kann mir gut vorstellen, dass, äh... ...duh, dass das während des Rennens echt knifflig war. Ich schreibe gerade niemand mehr. Das ist so schade. Ich lese doch so gerne Nachrichten. Und wir sind echt lange auf der Suche nach, nach Freunden. So, wir haben jetzt, äh, hier die Schuhe. Das Rennen beginnt, wenn wir nicht in Schließer und Teilen... Oh, scheint loszugehen. Okay, die Stiefel können nichts. Die sehen nur... ...interessant aus. Die Gefallenen in der Ishtar-Senke auf der Venus... ...haben wohl das Gefängnis der Alten im Reff geplündert. War ein Archon-Priester drin. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Das schaffen wir. Wir sind zwei Helden. Das sind schon mal mehr als letztes Mal. Sie werden die Seele des Archon-Priesters schnell wiederherstellen. Wir sollten schnell zu den Höhlen. Gut. Dann... ...geht's auch schnell zu den Höhlen. Der Robil scheint auf mich zu hören. Er hetzt nicht so sehr. Sondern wartet ein bisschen auf mich. Das finde ich schön. Aber er hat trotzdem voll den Plan, wo es lang geht. Auch das finde ich schön. Also gut, erstmal ist es ja... Oh, Ladebildschirm. So. Geht weiter. Ähm... Ach. Und der CM-Fighter? Ob der... Ne. Oder? Doch. Geht's hier? Ah. Ich glaube, es geht hier weiter. Ne, hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe gerade den CM-Fighter gesehen, aber jetzt ist Lace beigetreten. Also... Geht's wohl hier weiter. Ah. Ich glaube, wir müssen wieder in dieses Höhensystem da vorne rein. Sieht zumindest so aus. Fetzig. Oh, ein paar Lichtartikel. Das heißt, im Grunde haben wir gerade wieder ein Level abgeschafft. So. Wir könnten natürlich auf... Wir könnten natürlich auf... Ähm... Huch. Äh. Auf... Auf... Wie heißt er? Äh... Lace warten. Theoretisch. Aber müssen wir jetzt auch nicht. So, wieder ein Stück ist eingeschränkt. Es geht los. Ja, das ist eine gute Frage. Der Robi spielt auch einen Warlock und sieht ganz cool aus. Es ist doch ein Warlock, oder? Mit Mantel? Ja, Mist da eigentlich. Und Scharfschützengewehr. Da liegt er los. Ahaha. Na, ahaha. So. Hm, immer noch nicht kaputt. Schade. Ich ignoriere mich völlig. Ich finde das schön. Ich finde das sehr gemütlich gerade. Hier vorne sind noch Gesellen. Finstere Gesellen. Und wächst. Ich habe noch nie einen Strike so gemütlich gemacht. Und da kommt auch der Lace. Hat uns eingeholt. Aber da wir zu zweit sind, geben wir eventuell das Tempo vor. Hallo und herzlich willkommen im Stream. Fabio Diamante. Und Marksman. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, Lace winkt. Entschuldige, Lace. Ich... Äh, äh, Wand. Äh, der offizielle Wandtester ist wieder hier. Dann prügeln wir gleich mal den Archonpriester zu Brei. Wieder zurück in dieses Schiff. Naja, ist okay. Solange wir nicht wieder einen Panzer besiegen müssen. Suppe gibt es erst später. Die muss noch ein bisschen köcheln. Noch ein bisschen vorbereitet werden. Wobei es wirkt so, als ob es gleich losginge mit dem Suppenausschank. Wenn hier... Ja, ey. Er ist bald sicher schon. Lace tanzt. Wir müssen da durch. Ich seh mir das mal an. Boah, das Schiff sieht schon cool aus, oder? Äh. Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Oh. Wir müssen gar nicht ins Schiff. Oh. Doppel O. Uppala. Zeitbürger. Suppe. Und überall schön kleine Happen verteilen. Und das in Gram einsammeln, natürlich. Oh. Der ist schon... Fort des Lichts. Was mir gerade eingefallen ist, äh, wir haben überhaupt keine anderen, äh, so wichtig. Heute ist das nicht so wichtig. Oh, der Sturmrufer. Geil. Einfach geil. Müssen wir uns demnächst auch mal holen. Ich möchte nur erstmal jetzt, ähm... Erstmal jetzt noch alles vom Hauptspiel abschließen. Und dann mal gucken, welche Missionen wohl... Äh, wohl vorher noch erledigt sein müssten. Ach, hier geht's durchs Tor. Hier war ich noch nie, tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch, ähm... Strike-exklusives Kartenmaterial. Immer dieses blödige Bubbel. Und es geht weiter. Der haut gleich schon die nächste Super raus. Mach ich mit. Hoffentlich lohnt sich das. Uh. Ja, Hydra, lohnt sich. Aua, aua. Oh, schwere Munition. Okay, ist offen. Wir sollten los. Warte, ich muss noch die Kügelchen einsammeln. Kügelchen sind wichtig. Und schwere Munition ist auch wichtig. Kügelchen. Kügelchen. Jungs, 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 Halt! Jungs! Jungs! Ich bin doch gleich da. Musst du doch Kügelchen einsammeln. Haha. Jaja, jetzt hetzt der Geist auch noch. Oh. Oh. Moskitos. Aber sicher dürfen wir das. Äh. Wala. Äh, äh. Hm. Voll gut. Voll gut. Voll gut. Mega. Auch noch zu dritt. Das ist. Das ist echt hetzig. Oh. Ein Engram. Mein Engram. So. Es geht weiter. Es geht weiter. Wartet auf mich. Flash Gordon. Na? Herzlich willkommen im Stream. Bams. Ich hol mir die da oben. Ja. Ja. Und den auch noch. Oh. Der Lace hat sich gedacht. Och. Komm. Von hier aus gibst du Fuß weiter. Aber dafür sind die Moskitos noch viel zu fetzig. Na gut. Das sieht der Lace anders. Der oder die Lace. Kann man ja nie sagen. Bams. Okay. Ich glaube wir müssen hier zu Fuß weiter. Schade. Ähm. Hm. Ich als Profi. Ich als Profi erklimme solche, solche Klippen ständig. Robi. Kommst du? Der wartet da so. Na wer weiß. Vielleicht gibt es bei ihm Abendessen. Ich habe ja schon oft genug bewiesen, dass ich so ein Strike auch alleine meistern kann. Krass. Das sieht aber irgendwie niedlich aus. Also nicht wie so eine richtig fette Zelle. Oh. Das Schiff sieht man jetzt von hinten. Wie geil schaut das denn aus. Ich habe da gerade was gehört hier. Und hier auch. Oh. Ein Kram. Oh. Da ist der Robi wieder. So. Bei dem Schiff muss ich allerdings sagen. Man sieht ja das eine Triebwerk. Also dieses Riesentriebwerk da oben. Und da jeweils zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gerade fliegen kann. Das wirkt auch sehr unbalanciert. Also im nächsten Stream sollten wir uns schon den Sturmrufer holen. Das ist schon echt geil. Lace tanzt. Wo tanzt Lace denn? Da oben. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich tanze auch mal mit Lace. Und Rubbel tanzt auch. Nicht schlecht. So. Schwere Waffe. Erstmal nachladen. Na, hübscher. Oh. Immun. Nö, das geht schon. Und. Feuer frei. Ja. Erste Granate. Zweite Granate. Jetzt wird es ordentlich Suppe serviert. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Wobei, geht eigentlich, ne? Eigentlich ist gerade... Die Super ist schon aufgebraucht. Wie schade. Die Super ist aufgebraucht und er ist ziemlich angepisst. Aber viel hält er nicht mehr aus. Axor. Arkon Priester. Ihr verschnuppt euch jetzt mal bitte. So, komm mal, den kriegen wir doch. Jetzt habe ich ihm den Hintern angezündet. Oh, ich habe keine Munition mehr. Hahaha. Blöd. Oh nein, der will da abhauen, oder? Ach nee, die Bubbel da ist vom Titan. So. Erledigt. Amethysthülle. Die sieht ja gut aus. Ja, Spitzensache. Gibt es hier irgendwo eine goldene Truhe? Ich habe das Gefühl, es müsste hier irgendwo eine goldene Truhe geben. Hätte ich vielleicht den Rubbel bitten sollen, wenn er sich damit auskennt. Aber es ist jetzt eh schon zu spät. Vielleicht beim nächsten Stream. Monro, wir fahren jetzt gerade keine Rennen mehr. Weil die dem Stream zu sehr zugesetzt haben. Zu viele Bildinformationen, zu viele andere Spieler. Das lief nicht gut. Das kann schon beim beim Dings schwierig werden. Beim Wie heißt er? Nicht Strike, sondern beim Raid. Beim Raid kann er schon knifflig werden. Aber beim Rennen war es einfach zu krass. Ich bin 중에 bei dem